Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über den Föderalismus und was der Föderalismus eigentlich ist bzw. wo wir ihn heute finden, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Das Wort Föderalismus stammt vom lateinischen Wort födus und bedeutet so viel wie Vertrag oder Bündnis. Und ganz grundsätzlich handelt es sich beim Föderalismus um eine Organisationsform, in der eine Macht, zum Beispiel eine politische Macht, auf mehreren Ebenen verteilt ist. Das heißt, die Macht liegt nicht nur an einer Stelle, sondern sie ist auf mehrere Unterglieder verteilt. Föderalistische Systeme finden wir heutzutage in zwei Formen und das ist zum einen der Staatenbund und zum anderen der Bundesstaat. Ein Staatenbund liegt vor, wenn sich mehrere Staaten zu einem größeren System zusammenschließen. Als Beispiel kann man hier zum Beispiel die Europäische Union verwenden, denn in der Europäischen Union ist es ja so, dass sich mehrere unabhängige Länder zusammengeschlossen haben und so die Europäische Union entstanden ist. Ein Staatenbund schließt sich aus verschiedenen Gründen zusammen. Das kann sein, dass man zum Beispiel gemeinsam Ziele erreichen möchte, wie bei der Europäischen Union. Da war ein Ziel, den Handel zwischen den europäischen Ländern zu vereinfachen. Und besonders wichtig ist, dass bei einem Staatenbund die einzelnen Staaten, also die einzelnen Glieder des föderalen Systems, noch relativ autonom sind. Das heißt, sie geben nur sehr wenig Macht nach oben ab. Sie regieren noch ziemlich eigenständig, sie sind noch ziemlich unabhängig. Sie haben sich nur auf gewisse Ziele und auf gewisse Werte geeinigt und versuchen, diese gemeinsam zu erreichen. Ein Bundesstaat liegt vor, wenn durch den Zusammenschluss von unabhängigen Staaten ein neuer Staat entstanden ist. Und hier als Beispiel kann man die Bundesrepublik Deutschland verwenden. Denn die BRD ist ja entstanden, da sich mehrere Bundesländer zusammengeschlossen haben. Und auch hier ist es so, dass die einzelnen Staaten noch relativ autonom sind, allerdings weniger als bei dem Staatenbund. Und hier kann ich euch als Beispiel das Bundesland Hessen geben, denn Hessen hatte bis letzten Jahres noch die Todesstrafe in der Verfassung stehen. Und da die Todesstrafe in der BRD schon seit dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft worden ist, konnte natürlich auch in Hessen die Todesstrafe nicht mehr durchgeführt werden. Das liegt daran, dass man sagt, dass das Bundesrecht, das Landesrecht bricht, also dass das Bundesrecht wichtiger ist als das Landesrecht. Und das ist auch ein Kennzeichen eines Bundesstaates, also dass man sich auf einen gewissen Konsens geeinigt hat. Die einzelnen Bundesländer zum Beispiel sind zwar relativ autonom, man hat sich aber auf gewisse Werte geeinigt. Und die Gesetze widersprechen einander auch nicht. Also die Landesgesetze, wie zum Beispiel in dem Fall das Bundesland Hessen, widerspricht nicht dem Bundesgesetz. Also das Bundesgesetz ist in dem Fall wichtiger. Und das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen eines Bundesstaates, dass man gemeinsame Werte hat, gemeinsame Ziele hat. Ähnlich wie beim Staatenbund, allerdings sind beim Bundesstaat die einzelnen Glieder weniger autonom und das Ganze hängt mehr zusammen in einem gewissen System. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von föderalen Systemen? Also ein Vorteil ist natürlich, dass die Macht nicht zentriert ist. Also die Macht liegt nicht nur an einem Akteur, sondern mehrere Akteure können mitreden. Mehrere Akteure sind bei der Entscheidungsfindung beteiligt. Und das ist prinzipiell immer demokratischer, als wenn nur eine Person entscheidet. Des Weiteren haben auch die Bürger mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Zum Beispiel haben wir hier in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, sowohl an Bundestagswahlen als auch an Landtagswahlen teilzunehmen. Das heißt, wir können die Regierung auf Bundesebene, also für Gesamtdeutschland mitbestimmen. Wir können auch die Regierung der einzelnen Bundesländer, also je nachdem in welchem Bundesland wir leben, ebenfalls mitbestimmen. Das bedeutet, in einem föderalen System, das ist ebenfalls ein Vorteil, hat der Bürger mehr Teilhaberechte. Und dann ist es so, dass die Staaten auch ihre Eigenständigkeit bzw. ihre Kultur in einem föderalen System sehr gut behalten können. Und hier kann ich euch als Beispiel das Bundesland Bayern geben. Bayern ist ja in politischer und auch in kultureller Hinsicht teilweise noch sehr unterschiedlich vom Rest der BRD bzw. von anderen Bundesländern. Und auch das ist etwas, was nur in einem föderalen System möglich ist. Denn das föderale System gewährt diese Eigenständigkeit den einzelnen Mitgliedern. Und ob das jetzt wirklich ein Nachteil ist oder eher eine Gefahr für das föderale System selbst, das könnt ihr selber entscheiden. Denn diese Eigenständigkeit wirkt natürlich auch die Gefahr, dass bei Unzufriedenheit das gesamte föderale System infrage gestellt wird. Und das sehen wir aktuell in der Europäischen Union, zum Beispiel beim Brexit, wo Großbritannien jetzt wahrscheinlich aus der EU austreten wird. Und auch andere Länder die gesamte Union hinterfragen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die einzelnen Staaten natürlich eine gewisse Eigenständigkeit behalten haben. Und dann diese Eigenständigkeit auch nutzen können, um zum Beispiel das föderale System wieder zu verlassen. Also wie gesagt, ist das wirklich ein Nachteil? Das ist so die Frage. Es ist auf jeden Fall eine Gefahr für das föderale System selbst, dass diese Eigenständigkeit auch gegen das System verwendet werden kann. Bzw. auch einfach dazu führen kann, dass das System wieder aufgelöst wird. Ja, das war ein kleiner Einblick in den Föderalismus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier gibt es jeden Sonntag neue Videos. Schaut auch mal auf den Kanal von Lati. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Der macht auch sehr coole Wissensvideos. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Vielen Dank!